mein ganzes leben lang habe ich angst gehabt und zwar immer ich hatte angst vor dingen die passieren können die vielleicht passieren würden vielleicht auch nicht 50 jahre habe ich so verbracht denn regelmäßig um drei uhr früh aufgewacht aber weißt du was seit ich meine diagnose kenne schlafe ich wunderbar inzwischen ist mir klar geworden dass diese angst das schlimmste ist die ist der wahre feind also steh auf geh hinaus ins richtige leben und hau dieser verdammten angst voll eins in die fresse du bist ein gescheiter junger mann dieses gewerbe liegt dir im blut ist deiner natur du steigst nicht aus du steigst erst eines fängt erst an ich habe unbegrenztes vertrauen in dich und eines tages was du hier an meiner stelle sitzen und einem jungen die fakten des lebens erklären und welche wären das ist der tempel du wirst geboren du wirst scheiße du ziehst hinaus in die welt fest noch mehr scheiße kletterst immer höher du frisst weniger scheiße bist du eines tages die oberste stufe erreicht und vergessen hast du scheiße überhaupt aussieht willkommen am futterdruck sohn du wirst geboren keine sorge partner die kriegen uns nicht hast recht wir sind zu schlau für die ja oder sind wir an diesem ort frage ich mich was denn was was wäre schlimmer zu leben wie ein monster oder als guter mann zu sterben so du 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 Untertitelung des ZDF, 2020